Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle bisher gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 29.700 US-Dollar. Im Endeffekt ist das passiert, was wir eigentlich schon vermutet haben. Wir haben unseren kleinen Abverkauf gesehen. Wir sind perfekt in unserer Zone gebounced. Glückwunsch, wer möglicherweise schon den Trade mitgenommen hat. Auf jeden Fall Glückwunsch nochmal an alle, die den Short-Trade mitgenommen haben, den ich im letzten Video am, ich glaube Mittwoch war es, nee, Dienstag, rausgehauen habe. Der ist natürlich weiterhin bei mir offen. Wie es jetzt weitergeht, werden wir jetzt alles im heutigen Video besprechen. Ansonsten vielen, vielen Dank gestern nochmal für den Livestream. Die letzten 5 Minuten gab es anscheinend ein paar technische Probleme. Irgendwie hat der Stream ein bisschen geleckt. Ihr habt uns zwar gehört. Aber trotzdem, Stream ist auf jeden Fall online, wenn ihr nochmal vorbeigucken wollt. Die ersten 45 Minuten sind auf jeden Fall reibungslos. Ansonsten, wie gesagt, starten wir jetzt direkt durch. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal und wenn ihr Bock habt, klickt auf die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 29.700 US-Dollar. Aber traden wir momentan. Wir haben einen kleineren Abverkauf gesehen. Wie gesagt, wir hatten hier oben diesen Short-Trade eröffnet. Stop-Loss mittlerweile im Profit, beziehungsweise auf 50% Profit ist schon genommen. Dieser Trade läuft jetzt momentan noch als Hedge. Heißt für mich, als kleines Beispiel, Position ist 500 US-Dollar groß. Deswegen ist die Long-Position, die hier bei 29.700 US-Dollar eröffnet wurde, genauso groß. Das heißt, wir haben im Moment 0,0 Risiko, je nachdem wie ihr euren Trade gestaltet habt, wo der Trade jetzt hinläuft. Wichtig war, wir haben unseren kleinen Bounce bei ungefähr 29.300 US-Dollar gesehen. Perfekt auf dieser kleinen Abtrendlinie. Und was auch noch interessant ist, was wir gestern auch im Stream besprochen haben, ist das Fibonacci Retracement Level, wo wir auch hier ins Golden Pocket gegangen sind. Aber weiterhin mit dem Stop-Loss mindestens unter dem 0,786er, weil unser CME-Gap bei momentan 28.750 US-Dollar circa liegt. Deswegen ein bisschen Absicherung nach unten brauchen wir auf jeden Fall noch, auch aufgrund dieses WICs, wo relativ viel Kaufvolumen reingekommen ist. Dafür schauen wir uns jetzt gleich nochmal den 1-Stunden-Chart an, ob wir hier noch irgendwas sehen. Momentan so eine kleine Konsolidierungsphase, wobei ich aber immer noch der Meinung bin, dass wir diesen WIC hier auf jeden Fall holen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir nicht unter 28.200 US-Dollar sollten, weil danach sieht es dann wirklich übel aus. Und dann, um jetzt wieder auf die größeren Timeframes sprechen zu kommen, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass wir doch noch diese Liquidität hier unten bei ungefähr 24.000 bis 25.000 US-Dollar sehen. Was halt auch noch sehr interessant ist, was wir auch gestern schon mal im Stream darüber gesprochen haben, sind einfach die Pivot-Points, die jetzt für den neuen Monat gelten. Und da haben wir eine perfekte Konfluenz. Ich mache jetzt mal ganz kurz das Fibonacci Retracement Level hier raus, damit ihr das relativ gut seht. Wir haben unseren Pivot, der genau bei unserem High entstanden ist. Der liegt bei ungefähr 32.000, ich sage jetzt mal 400 US-Dollar, genau beim 200 der SMA und 200 der EMA. Wichtige Zone. So, und der R1-Widerstand, also Monatswiderstand liegt bei ungefähr 39.000 US-Dollar. Zufällig unser letztes signifikantes Hoch, bevor wir diesen dramatischen Abverkauf gesehen haben. Deswegen, sobald wir hier nachhaltig drüber kommen sollten, mit einem mindestens Daily Close über R1 bzw. über dieses Hoch, sollte die Korrektur endgültig abgeschlossen sein. Und wir können uns wieder auf höhere Kurse freuen. Heißt aber nicht, dass ich weiterhin nicht von 24.000, 25.000 US-Dollar ausgehe. Warum? Erst einmal haben wir noch ein kleineres Fibonacci Retracement Level dazwischen. Dafür von unserem ehemaligen High bzw. unserem Zwischenhoch bis zu unserem Low seht ihr den Bereich 34.000 bis 35.000 US-Dollar. Wichtig ist jetzt, sollten wir jetzt hier diesen Bounce sehen jetzt in den nächsten Tagen, dass wir die 34.000 bis 35.000 US-Dollar auf jeden Fall anlaufen sollten. Hier wird es sich dann entscheiden, entweder werden wir rejected oder ziehen doch nochmal ein bisschen durch bis auf 39k und setzen dann die letzte Welle, sage ich mal, wie Moritz von Trading und er es gestern schon beschrieben hat, in Richtung der 24.500. Dass wir hier einfach die fünfte Welle haben, die dann nach unten geht und dann wirklich endgültig die Korrektur abgeschlossen ist. Sollten wir natürlich jetzt die 28.200 US-Dollar nach unten hindurch brechen, sehe ich einfach hier viel, viel schneller diese Liquidität hier unten abholen. Hier unten liegen die Stop-Loss, hier liegt die meiste Liquidität. Das heißt für mich, sollten wir hier nochmal runterkommen, könnte das dann hier unser endgültiger Boden sein und wir können hier in Richtung neue Höhen bzw. endgültiger Abschluss dieser Korrektur gehen. Das ist jetzt momentan was Wichtiges, wie gesagt, meine Long läuft. Bei 29.700 US-Dollar Entry ist ein bisschen komisch gestern gewesen, gestern im Livestream wurde die getriggert, aber komischerweise nur bei Femex. Bei allen anderen Börsen waren wir noch gar nicht so tief, das heißt wir hatten hier ein bisschen Schwankungen, was den Kurs anbelangt hat. Trotzdem war ich zufrieden, dass der Kurs da zumindest abgeholt wurde. Viele sind dann erst bei 29.400 US-Dollar rein, passt natürlich auch perfekt, sogar noch einen besseren Entry, sage ich mal, als ich habe grundsätzlich. Aber gut, Profite nehmen würde ich dann die ersten bei ungefähr 30.400 US-Dollar, zumindest mal kleine Profite wieder nehmen. Den größeren Batzen dann nochmal, ich sage mal so, insgesamt 25% im Bereich der 31.000 US-Dollar, weil hier einfach dieser letzte Wick liegt. Da wird es dann interessant, ob wir hier dann wirklich einen neuen Trend bilden. Momentan sieht es danach aus, wir bilden zumindest ein höheres Tief. Jetzt fehlt uns natürlich hierfür, um wirklich einen Abtrend zu bilden, wirklich mal ein höheres Hoch. Heißt, wir müssen auf jeden Fall so einen Kursverlauf sehen, bis in unser übergeordnetes Golden Pocket. Ansonsten, wenig verändert, Volumen gestern ein bisschen reingekommen, auch innerhalb von diesem Wick. Müssen wir mal schauen, wie sich das über das Wochenende ausspielt. Trotzdem, ich bin noch nicht davon überzeugt, dass wir hier endgültig hochgehen. Für mich sieht es eher ein bisschen nach der Relief Rally aus. Schauen wir auch hierzu mal ganz kurz die Bitcoin-Dominance an, die wir uns gestern hier auch im Livestream angeguckt haben auf dem 4-Stunden-Chart. Bitcoin-Dominance bei 47% ein bisschen rejected worden, auch mit einer kleinen Bearish Divergence, die ich jetzt ehrlich gesagt nicht so für voll nehmen würde. Also bei Bitcoin-Dominance ein bisschen vorsichtig sein mit Divergenzen. Aber was ein bisschen hierfür sprechen könnte, was wir auch gestern angesprochen haben, ist zum Beispiel, dass wir jetzt bei Bitcoin wirklich diese 34, 35k sehen. Bisschen langsamer vielleicht, dass wir einen langsamen Anstieg sehen, dafür aber die Altcoins ein bisschen besser mal performen. Also die Altcoins sind ja immer noch ein bisschen deutlich am Bluten im Gegensatz zum Gesamtmarkt. Deswegen hier ein bisschen aufpassen, dass wir hier einfach zumindest bei Bitcoin zwar einen Anstieg sehen sollten im Kurs, aber vielleicht im Gesamten doch eine kleine Altcoins sehen, dass wir zumindest einen Rücksetzer in dem Bereich der 44, 44, 5% auf jeden Fall nochmal sehen könnten. Somit kleine Altcoins hießen, bevor dann wieder Bitcoin vielleicht zur nächsten Korrektur in Richtung 24, 25.000 US-Dollar anläuft, um dann wieder mit der Dominance diesen wichtigen Bereich hier oben zu durchbrechen und dann einfach weiterschauen. Ist zwar jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft geguckt, trotzdem Bitcoin-Dominance auf jeden Fall mal im Auge behalten. So, dann zu Ethereum hat perfekt ausgespielt, auch hier haben wir am, ach ich bin ein bisschen in der Spur, Dienstag drüber gesprochen, dass ich diesen Kursverlauf weiterhin für möglich halte. Wir hatten zwar nochmal einen kleinen Peak, trotzdem war ich dafür, dass wir hier nochmal runtergehen. Jetzt perfekt die Orders im Endeffekt abgeholt, 0,786er sogar nochmal angelaufen. Das war eigentlich so der Punkt, wo ich sage, doch nochmal ein bisschen unter 0,786er Stop-Loss setzen, einfach weil es ein bisschen klar war, das FIP-Level, also das Golden Pocket war ein bisschen weiter oben als bei Bitcoin. War mir nicht so gefällig, aber trotzdem vom Ding her, jetzt möchten wir aber ein Bounce sehen, zumindest mal in dem Bereich der 1.980 US-Dollar hier, wo unsere gelbe Linie ist. Und dann müssen wir halt irgendwann mal hier ein Breakout sehen, ein bestätigtes Breakout, dann aber auch überall dieser Range, die weiterhin hier größtenteils noch zählt. Also wir sind zwar wieder in diese Range gekommen, wieder Fakeout gewesen, wieder drunter. Müssen wir jetzt mal schauen, wie sich das weiter verhält, trotzdem weiterhin ein bisschen Abstand bei den Altcoins. Und Cardano, den Short habe ich mittlerweile zugemacht, einfach aufgrund dessen, auch wegen den Funding-Fees und sowas, Volumen ist dann auch wieder reingekommen. Wir haben unseren Bounce, das machen wir mal ganz kurz weg, das würde keiner sehen, bei den 4 Stunden E-Mail-Ribbons gesehen. Plus wir hatten hier auch noch eine kleine 4 Stunden-Demand-Zone, die perfekt gehalten hat. Also wir haben uns hier die Liquidität aus diesem Raum genommen. Jetzt wird es natürlich wichtig sein, dass wir hier auch ein höheres Hoch bilden und nicht jetzt hier vorher gestoppt werden, weil ansonsten ist dieser Trend jetzt ganz, ganz schnell wieder beendet. Das heißt, wir müssen auch hier höheres Hoch bilden, ehemaliges Hoch bestätigen, um dann weiter nach oben hin zu steigen. Sollten wir das natürlich jetzt nicht sehen und unter unserem Bounce hier drunter fallen wieder, sehen wir uns auf jeden Fall mindestens in dem Bereich der 0,48 Dollar, nachdem wir diesen krassen Pump hatten. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier eine neue Bodenbildung sehen und dann versuchen wieder nach oben hin zu steigen. Trotzdem übergeordnet, bin ich noch ein bisschen Short gerichtet, sag ich mal, was so die ganzen Altcoins und sowas anbelangt, müssen wir noch ein bisschen auf jeden Fall aufpassen, wie das Ganze weitergeht. Cardano trotzdem, der Short, erster mal zu, ich warte hier auf neue Entries, zumindest mal hier unten. Dieser Bereich könnte für mich auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden, ob wir dann hier einen möglichen neuen Bounce sehen. Der RSI korrigiert jetzt wieder mal deutlich, war auch wichtig, nachdem wir hier zwischenzeitlich bei 90 sogar mal waren, befinden wir uns hier wieder im mittleren 50er Bereich, eigentlich schon mal ganz gut. Trotzdem, für mich noch kein wirkliches Zeichen, dass hier wirklich dieser, ich sag jetzt mal, gesamte Downtrend hier wirklich beendet ist, nachdem wir auch noch kein signifikantes, höheres Hoch gebildet haben. Sogar dieser Wick hier drüben bei 0,70 Dollar hat nicht diesen hier drüben mindestens überboten. Also das möchte man auf jeden Fall sehen, dass wir dieses Hoch mindestens rausnehmen und dann möglicherweise nochmal bestätigen. So, soviel dazu, dann XRP, boah, Video ist heute ein bisschen länger, aber egal, gehen wir heute mal alles durch. XRP, auch hier wieder in unserer Range, wir haben zwar den Downtrend durchbrochen, aber auch hier habe ich ja gesagt, dieser Bereich hier wird auf jeden Fall interessant aufgrund des Voids. Hier sind wir jetzt auch genau abgeholt worden, jetzt wird es entscheiden, dass wir auch diesen Bereich auch hier halten. Also Bitcoin muss jetzt in Richtung, sag ich mal, 34.000, 35.000 US-Dollar, damit wir auch bei den Altcoins diesen Schwung aus unseren Liquiditätszonen auf jeden Fall mitnehmen können. Und ansonsten gelten für mich hier momentan keine Trades, eher ein bisschen DCA betreiben, wo ich ja schon im letzten Video gesagt habe, immer mal ein paar Zonen eingezeichnet habe, die extrem wichtig sind. Auch dieser Wick hier unten mit einer Menge, Menge Liquidität sollte meines Erachtens auf jeden Fall noch gefüllt werden, bis wir hier wirklich nachhaltig mal ein Breakout sehen können. So, dann, gestern noch im Livestream wurde sich Waves gewünscht, haben wir dann leider nicht mehr geschafft aufgrund dieser technischen Schwierigkeiten, deswegen heute mal im Video auch hier relativ gleiche Konstellation wie bei Cardano. Erstmal ein lockerer Downtrend gewesen, schöne Bodenbildung eigentlich und dann dieser voluminante Move mit deutlich, deutlich mehr Kaufvolumen. Trotzdem, auch hier gefällt mir die Lage nicht so wirklich, wir sind über den Pivot kurz drüber geschossen, aber auch noch kein Daily Close, geschweige denn 4 Stunden Close. Das heißt, der Downtrend ist auch hier weiterhin deutlich aktiv, wir müssen mindestens dieses Hoch hier bei ungefähr 14,70 Dollar erst einmal brechen, bzw. hier oben erstmal diese Range hier, diese ehemalige Range erstmal durchbrechen. Aber nach unten hin gibt es natürlich deutlich mehr zu holen, ihr seht es hier drüben, diese krassen Pumps nach oben, das heißt für mich, nächster Einstieg wäre hier wahrscheinlich erst bei ungefähr 4,72 Dollar. Momentan ist es ein bisschen zu heikel, dass wir hier jetzt schon wieder in neue Trades reingehen, nach so einem voluminanten Pump. Vor allem auch, weil wir hier eine Bearish Divergence haben, der RSI sogar jetzt immer noch übergekauft, nachdem wir hier auch im 90er Bereich schon angelangt sind, über 90 im RSI. Deswegen auch hier ein bisschen vorsichtig sein, wer hier in einem Trade drin ist, auf jeden Fall Profite nehmen, Stop-Loss-Entry, nächste Nachkaufpunkte dann wirklich erst behutsam. Hier in dieser kleinen 4 Stunden Demandzone bei 5,80 bis 5,34 Dollar bricht die Zone, sehen wir nochmal die 4,70 Dollar auf jeden Fall. Gut, soviel dazu zu den ganzen Analysen, schauen wir uns noch ganz kurz die News an, die ich noch nicht aufgemacht habe. Die Entwicklung von Ethereum 2.0, aktuelles Update. Wen Ethereum interessiert, coole Artikel, lest ihn euch auf jeden Fall durch, den der David da geschrieben hat. Werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe posten, kommt da gerne rein, Link ist unten in der Videobeschreibung. Dann noch ein kleiner Reminder, Femex, 4.500 Dollar Bonus, Link ist unten in der Videobeschreibung. Morgen kommt das Video zu BingX, wo ich positiv überrascht werde. Schaut euch das auf jeden Fall an morgen, 15 Uhr, werde ich euch auf jeden Fall nochmal einen Reminder geben. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal einen schönen Start in den Tag. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder, auch wenn es morgen nur Handy-Videos und so jetzt übers Wochenende werden, weil ich unterwegs bin. Aber trotzdem, wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder, freue mich drauf, wünsche euch schon mal einen guten Start in den Tag. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder und wie immer, stay crypto, ciao, ciao, bis morgen.